Und fast ein Mädchen war's, und ging hervor, aus diesem einigen Glück von Sang und Leier, und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier und machte sich ein Bett in meinem Ohr, und schlief in mir. Und alles war ihr Schlaf, die Bäume, die ich je bewundert, diese fühlbare Ferne, die gefühlte Wiese, und jedes Staunen, das mich selbst betraf. Sie schlief die Welt! Singender Gott, wie hast du sie vollendet, daß sie nicht begehrte, erst wach zu sein? Sie, sie erstand und schlief. Wo ist ihr Tod? O, wirst du dies Motiv erfinden noch, ehe sich dein Lied verzehrte! Wo singt sie hin aus mir? Ein Mädchen fast! Dies Gedicht tut uns nicht den Gefallen, klar auflösbare Bilder zu liefern. Lesen wir es als eine Betrachtung über die Wirkung von Musik, denn Orpheus ist schließlich ein Sänger. Und fast ein Mädchen war's, wohlgemerkt fast, und ging hervor, aus diesem einigen Glück von Sang und Leier. Die Musik von Orpheus läßt also fast ein Mädchen entstehen, das herzerwärmendste und zarteste, was sich ein Dichter ausdenken mag. Und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier. Der Hauch einer Andeutung einer erotischen Vision, gerade genug zum Verlieben. Und machte sich ein Bett in meinem Ohr und schlief in mir. Die Musik pflanzt ein Leben in den Menschen, der sie hört, das sich in größter Behaglichkeit in einem einnistet und selbst menschliche Wärme verströmt. Und alles war ihr Schlaf. Die Bäume, die ich je bewundert, diese fühlbare Ferne, die gefühlte Wiese und jedes Staunen, das mich selbst betraf. Sie schlief die Welt. Jetzt wiederum läßt dieses Leben anderes sein. Musik ist selbstjagd. Kein Leben, insofern schlafend, während sie unsere Welterfahrung in uns zum Klingen bringt. Und Musik kann ich begehren, ein eigenes, waches Bewusstsein zu entwickeln, auch wenn sie uns so tief wie ein lebendes Wesen berühren kann. Wo ist ihr Tod? Wo wirst du dies Motiv erfinden noch, ehe sich dein Lied verzehrte? Auch dieses Mädchen muß sterben, denkt der Sprecher, ebenso wie die jung verstorbene Tänzerin Vera, der die Sonette an Orpheus als ein Grabmal gewidmet sind. Aber kann das sein? Im Gegensatz zu Vera ist dieses Mädchen im Gedicht doch ein Produkt der Kunst, aber auch dieses Kunstwerk wird verklingen. Wo singt sie hin aus mir? Ein Mädchen fast. Wohin verweht diese Empfindung, die die Musik entfachte? Was bleibt von ihr? Mit anderen Worten, was bleibt in uns von der Musik, wenn sie verklungen ist? Was bleibt in uns von der Musik, wenn sie nicht wahrnehmen? Vielen Dank. Vielen Dank.